das war doch ein Treffer das auch aber das ist nein weil hier nicht noch ein ich hier nicht in 1 3 Orgfalt Treffer das ging bei ihm die Schnauze und ich hier der ging in den Winter scharf krasser Salto Respekt war da nicht noch einer? ach da was lebst du noch? so, ich hab dich erlöst schon wieder diese doofen goblins so kommen hier bloß alle weh keine Chance ha, das hast du davon so jetzt darf ich sie endlich heiraten und dann werde ich sie überst vergewaltigen so nicht herz wollte das Bako ach hier so, dir werde ich jetzt dein Ende zukommen lassen war das ein Treffer? verdammt ah warte ich will hier noch rumbringen so jetzt kannst du mit mir reden nun hast du die Hirsche erlegt? ja, bloß im Fäusten hier sind die Geweihe sind sie dir prächtig genug? das sind sie dann habe ich deinen Segen den hast du hier nimm dieses Relikt als Zeichen meines Einverständnisses ja, hier hat er mich was ist das für ein Relikt? mein Großvater hat es vor vielen Jahren von Argan hierher gebracht dort soll es noch viele solche Relikte geben und es heißt derjenige der sie alle finden ja, ist mir egal aber noch du einen so endlich nein, ich kann nicht mal abhauen und? hat Chroma endlich eingewilligt? ja, gerade eben na, dann gratuliere ich dir mal hoffen wir laufen jetzt brauche ich nur noch einen Verlobungsarmreif für Ivy, aber eigentlich kann ich mir keinen leisten weh doch mal mit Oruk der hat vor ein paar Tagen Bernstein am Strand gefunden wenn er ihn dir gibt mach ich dir einen Namen das also auf zu Oruk na Spacko? geht gut? ja, geht gut ach, Hirte sag mal Oruk du hast doch Bernstein am Strand gefunden ja, Hirte schönen Bernstein würdest du ihn mir geben? zum anschauen nein, zum behalten ich brauche ihn für einen Verlobungsarmreif für Ivy Oruk ist Diener und Händler und? der Händler will Gold ich hab keins natürlich hab ich Gold der Diener will Herr sein wie meinst du das? der Hirte wird Uruks Diener dann gibt Oruk dem Hirten den Bernstein umsonst na gut verstehe, was soll ich für dich tun? Oruk liebt blaue Wulstlinge sie wachsen in einer Höhle mit Tür mitten im Hirschhark Oruk geht immer selbst um Pilze zu holen aber jetzt hat Oruk einen Diener der Diener nimmt den Schlüssel und geht ein halbes Dutzend Wulstlinge holen ja? na gut her mit dem Schlüssel Lauf Diener! Lauf! Oruk hat Hunger im Hirschhark das war doch da drüben ja ja toll finde ich an dem Spiel die fast unendlichen Weiten du kannst eigentlich fast überall hinlaufen das finde ich sehr gut gemacht ja und wo ist hier der Eingang? hier unten vielleicht ja so dann rein in die gute Stube aber hier ist schon der erste Pilz das sind Pilze ja eine Kiste auch das sieht doch ganz schön aus ok so wir sind ja und wir sind das ist zu ich glaube wir brauchen noch nichts zu essen das wird sicherlich schnell wieder 8 ja da ist noch eine für mich da hast du